Hallo Leute ich bin's Brock und das ist Dark Souls Hammer Spiel ich habe schon mal gespielt auf Twitch und ich dachte komm ich let's play das mal ja mal schauen wie das wird weil ich den Weg und so nicht mehr so gut weiß ich hoffe nicht dass wir große Schwierigkeiten haben klasse ich habe gedacht Bettler ja genau so wie lange wie lange ist man Bettler überhaupt Mysteriöser nackter nur mit Keule und Holzschild bewaffnet okay Gabe ich will das also ich kenne das Spiel wirklich nicht gut ich habe schon mal gespielt durchgespielt aber ich bin viel mir ist viel geholfen und das ist dick kräftige Beine wir machen mal so kräftig kräftige Beine wir machen Nee Boah Wollen wir so aussehen wie Karin Wie sieht das aus Boah wie ein Gespenst Frisur Ich kann so aussehen wie ich Pferdeschwanz ok Wild Wild Midtellang Nein Ahm Ja Machen wir so Oder? Was ist das? Tanga? Alter. Welche Haarfarbe? Weiss. Silber. Was meint ihr? Ist das gut? Ich weiss nicht. Mein Gott. Ach, komm. Egal. Wieso nicht? Annehmen. Machen wir annehmen. Ja. Anpassen. Ah, ich kann noch anpassen. Äh, genau. Ähm, Alter. Ich will jung sein. Normal. Ah, schau mal. Händelt sich ja. Jung. Ach, das ist jung. Nein, Geschlecht ist das. Oha. So. Ja. Frisur. Habe ich hier. Oh mein Gott. Nein, nein, komm. Das ist schon okay. Okay. Ja. Gut. Dann. Was ist das? Und was ändert sich? Okay. Gut. Dann. Ist gut. Raum. Ah, Mann. Nein, ist gut. Okay. Ich bin zufrieden. Raus. Nur etwas anderes. Gesicht. Ich kann gar nicht. Ah, okay. Ne, ist gut. Annehmen. Machen wir annehmen. Okay, das wird interessant. Also für jemand, der das Spiel nicht so gut kennt. Machtkipp? The world was unformed. Shrouded by fog. A land of grey crags, arched trees, and everlasting dragons. But then, there was fire, and with fire, came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came, and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead, the witch of Izalith, and her daughters of chaos, Gwyn, the lord of sunlight, and his faithful knights, and the furtive pygmy so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty lords cleaned apart as stone scales. The witches ruined great firestorms. With Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the age of fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless lights. Yes, yes, the blood, I know. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark sign. Okay. 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 So, the siege can start. Ja, das stimmt. Der Schmerz schreibt die Unwander. Und in dieser Land, die Unwander sind korralt und leden in den Norden. Dort sind sie weg, um das Ende des Weltes zu erwarten. Willkommen in der Hölle. Das ist dein Geist. Geist. Als Bettler. Da habe ich mir was vorgenommen. Wir müssen auch viel farmen. Als Bettler. Oh, Junge, Junge. Was ist aus mir geworden? Wo sind die guten alten Zeiten? Kerker. Kerker. Zählen Schlüssel. Okay. Also. Dann. Freue ich mich. Und wo? Alter, wo ist mein Schild? Ich dachte, ich bekomme noch ein Schild. Oh mein Gott. Das Spiel verrascht mich. Kein. Weihnacht. So. Naja. Scheiß drauf. Wer braucht schon ein Schild? Ja. Wie gesagt, Leute. Ich habe das Spiel schon mal fertig gespielt. Aber. Mir wurde viel geholfen. Also. Ich kenne den Weg echt nicht. Und. Ihr werdet das auch merken sehen. Ich muss dann auch suchen. Aha. Guck mal. Da ist er. Okay. Okay. Ja. Mich nimmt es Wunder, was ich da, wie es sich anfühlen wird. Als Battler. Ohne Schild. Also. Echt. Keine Rüstung? Okay. Aber mit dem Tanga. Und zwar nur mit dem Tanga. Zu kämpfen, das wird. Ich weiß nicht, was für eine Erfahrung das wird. Ah ja. Mal schauen. Also. Ich werde nichts schneiden. Falls ich hundertmal sterbe. Nur, dass ihr das wisst. Zünden. Ah ja. Ah ja. Mal schauen. Dann. Kann ich jetzt da rein jetzt schon? Ich glaube nicht. Ach. Ich kann. Okay. Auf rüber. Okay. Was gibt es hier so? Okay, dann mal rein. Scheiße, dass ich kein Schild habe. Ich fühle mich wie nackt. Au. Au, 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 au. Gut. Also ich fühle mich echt wie nackt an. Alter, habe ich auch keinen Flakon. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Immer übertreiben, immer übertreiben. Wieso nicht mal genießen? Immer übertreiben. Okay. Es kann nur besser werden. Und tot. Nein, nicht tot. Au, 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 au. Der weiß natürlich, dass ich nackt bin. Guck das mal an. Ah, muss ich rein. Und... Ja, das sieht natürlich auch nicht sehr gut aus. Guck das mal an. Er kann sich mal richtig halten. Nein, nein, nein. Bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleibt da. Äh, ach. Scheiße. So. Ja, willkommen in der Hölle. Keule. Ist das besser? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist das besser? Gut. Mal schauen, wie das ist. Ja, jetzt sehe ich aus wie Fred Feuerstein. Keine Waffen hier? Das ist schade. Oh. So. Oh Mann, oh Mann. Ich habe schon gedacht, muss ich kämpfen gegen den. Ich hoffe nicht. Also echt. Ich hoffe jetzt wirklich nicht. Ich glaube, später muss man. Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Es gibt auch viele Geheimgänge in diesem Spiel und keine Ahnung, wo die sind. Was ist das? Habe ich da was gesehen? Ach so. Ah ja, genau. Also ich muss ein paar Sachen selber. Mein Gott. Nein, nicht sterben. Oh, yo, 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 yo. Fast. Oh mein Gott. Fast gestorben. Oh mein Gott. Siehst du die Knochen nicht? Wie ein Mensch. Ich wollte dir etwas fragen. Du und ich waren beide unendet. Hör mich auf, will du? Ja. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the faith of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. Was bekomme ich? Eine Waffe? Ein Schild? Rüstung? Flakon. Oh mein Gott. Oh, and this. Zum Heilen. Ah. Schluss. Danke. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Willst du noch was sagen? Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. And thank you. Pass auf dich auf. Oder wie sagt man? Live well. Na, dann. Die Flasche kann ich ja mal. Du brauchst. So. Okay. Wenigstens eine Flasche. Ja. Kollege. Komm runter. Komm. Oha. Mein Schild ist ja... ...gar nicht gut. Nein. Aus Holz besteht sie. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. So. Jetzt muss ich... ...nach oben. Mal schauen. Ach ja. Ich dachte nach unten. So was gibt's unten. Mal schauen. Öffnen. Ja. Gut. Vielleicht gleich mal sitzen. Aber muss ich... ...muss ich da lang gehen? Alter. Ich weiß es nicht. Nein. Okay. Ah. Von oben. So. Ich hab ja gespeichert. Viel Glück. Falls ich kämpfen muss. Ohne Rüstung. Ohne Schild. Also... ...pfff. Das wird... Das kann interessant werden. Ja. Nicht mal ein Schwert habe ich. Mit der Keule. Was ist das? Alter. Wir sind ein richtiger Steinzeitmensch. Komm. Zwei Schläge. Wenigstens. Wir sind immer noch zu stark. Na. Tot. Wir sind zu stark. So schwer ist das Spiel gar nicht. Doch. 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 Es ist nicht schwer. Es ist unfair. Oder nein. Es ist nicht unfair. Aber es ist sehr schwer. So. Jetzt kann ich da runter gehen. Und was es gibt. Überraschung. Mal schauen. So. Wer bist du? Was das tragen hier, ne? Wie es aussieht. Okay. Gut. Wow. Ich bin auch fast gestorben. Na super. Oh. Nein. Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Nein. Jetzt ohne Scheiß. Muss ich? Bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott. Ich muss. Und er wartet schon. Die Zeit ist umwolltig sagen. Oh nein. Was passiert? Wir sterben. Nein. Mein erstes Tod. Alter. Und das wegen meinem Wecker. Puh. Scheiß Wecker. Okay Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Doch. Untertitelung des ZDF, 2020